Wir kennen uns alle gar nicht richtig. Aber irgendwie waren wir alle zur selben Zeit am selben Ort, als Billy diese Münzen fand. Fühlst du dich seltsam? Wir sind stark. Die Antwort, was mit euch passiert, ist ganz einfach. Ihr fünf seid die Power Rangers. Hast du gerade gesagt, wir sind Power Rangers? Soll das ein Witz sein? Wir reden mit einer Wand. Ich hatte ein wenig mehr von euch erwartet. Die Power Rangers waren einst mächtige Krieger. Ihr müsst zu diesen Kriegern werden. Das ist nur ein Hologramm. Wie in einem Videospiel. Ein verflucht starkes Hologramm. Kein Videospiel. Ich werde alles vernichten. Und wie sollen wir sie aufhalten? Zeit zum Verwandeln. Das ist eine Menge Gold. Es ist eure Bestimmung. Eure Zeit ist gekommen. Eure Zeit ist gekommen. Jahrhundert. DER GERMANMEN. DER GERMANMEN. DER GERMANMEN. Vielen Dank.